Ich habe euch wahrscheinlich gefragt, was ich da mache, also wo komische Begriffe sind. Ich werde dazu später etwas erzählen und erst einmal stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Natalia Ebert, aber ich denke die meisten oder alle hier Besitzende kennen mich. Also es sollten noch ein paar Leute kommen, die mich nicht kennen, aber sie werden dann klingen und die Rebellen öffnen. Aber hier alle Besitzenden kennen mich sehr gut. Ich bin Hypnose-Therapeutin, Detachheilerin und Coach, Trainerin und wie ich mich selbst nenne, Botschafterin für kreatives und bewusstes Leben. Das ist meine Aufgabe hier auf der Erde, die ich erkannt habe, sodass ich wirklich Menschen auf dem Weg von ihrer Bewusstseinsentwicklung begleiten möchte und begleite auch. Erstmal möchte ich euch ganz herzlich danken, dass ihr alle da seid, dass ihr Zeit gefunden habt, so spät am Abend auch. Und ich möchte auch mal Respekt aussprechen, weil das Thema Angst ist ja wirklich ein ganz, ganz sensibles Thema. Und als ich einigen erzählt habe, ich mache so einen Abend, Transformationsabend zum Thema Ängste, haben einige gesagt, Glaubst du, dass tatsächlich die Leute dazu kommen? Ja, wer wird denn freiwillig das bestätigen, dass sie Ängste hat? Also es gab solche Kommentare. Ja, und einige Menschen, die ich angesprochen habe, haben tatsächlich auch gemeint, ja, ich habe doch keine Ängste, wieso soll ich nicht bekommen, das ist gar nicht mein Thema. Wobei, wenn ich diese Menschen weiß, dann weiß ich ganz genau, das Thema ist ja auch bei diesen Personen. Ja, und ich sage folgendes dazu, ich glaube, ich kenne niemanden, hier auf dieser Erde, jetzt in unserer Zeit, der wirklich komplett frei ist von Ängsten. Und dabei geht es ja nicht immer nur um irgendwelche spezifische Ängste, wie Spinnenphobie oder Höhenangst und so weiter, sondern es gibt ja auch andere Art von Ängsten, dass der Mensch vielleicht ein bestimmtes Leben führt und immer wieder in seiner Routine ist und irgendwie kommt nicht über seine Grenzen. Also er ist gefangen vielleicht in einem Job oder in einer Partnerschaft, wo er nicht wirklich glücklich ist, aber trotzdem traut sich nicht, diese Beziehung oder diese Konstellation aufzulösen und irgendwie rauszugehen, ja, oder ich habe das Gefühl, ich möchte eigentlich in meinem Leben etwas verändern, ich bin nicht so ganz glücklich vielleicht mit meinem Beruf und irgendwas ist in mir drin, was nach draußen möchte, ja, also ich weiß, ich möchte viel, viel mehr erreichen, ich habe so eine Vision, aber wenn ich so weit bin, dass ich daran denke, ich möchte das umsetzen, dann werde ich von diesen Ängsten, von diesem ganz, ganz komischen Gefühl gestoppt. Soweit es wirklich sehr, sehr belastend wird, also sollte man daran arbeiten, diesen Ballast ablegen, aber ich denke, im Laufe des Lebens bis zum Rest unseres Lebens werden wir immer wieder mit irgendwelchen Ängsten konfrontiert, zum Beispiel wenn wir neue Herausforderungen bekommen, ja, und dann kriegen wir wieder irgendwie ein unruhiges Gefühl und ein bisschen Ängste und so weiter, und dann sollte man schauen für sich und lernen, wie gehe ich damit um, was mache ich denn damit. Ja, wir sprechen ja heute über Strategien auch, also, wie kann man tatsächlich die Ängste verwandeln. Und das, was ich gemacht habe, ist eine von der Technik, ja, also zu Beginn. Was mache ich? Also diese Angst, die da ist, also die man spürt, als Unruhe, Unsicherheit ein bisschen, ja, also das ist natürlich keine große Panik bei mir, aber trotzdem, wie bei jedem Artist, also der hat die Bilder kommt, also gibt es erstmal diese Aufregung. Kann manchmal schlimmer sein, kann weniger. Ich packe diese Angst in die Hand zu. Einfach in die Hand packen. Nicht wegwerfen, nicht zusammendrücken, sondern einfach diese Angst als Kraft, als Kraft, als Begeisterung, als Feuer einfach reingeben, spüren, energetisch. Spüren, wie diese Kraft einfach aufsteigt, ganz hoch, also wie dieses Feuer aufsteigt. Dann wieder in die Mitte bringen und dann geht die Blume auf und die Sonne. Und da stelle ich mir vor, ich bin die Sonne, ja, ich bin die Sonne gestrahlt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit der Angst umgehen kann. Und was machen wir heute? Wir transformieren ja die Ängste. Und das ist ja eigentlich meine Botschaft, zu erzählen, wir sollen nichts unterdrücken, wir sollen nichts irgendwie bedecken nochmal, ja, oder nicht löschen oder sonst was. Sondern man kann die Dinge transformieren, ja. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht. Und ich hatte einfach einen Impuls, irgendwann mal einen Impuls bekommen, dass man diese Seminare macht, also und zwar zu jedem Thema, nicht nur Angst, sondern Groll, Hass, Wut, Schuldgefühle. Das sind alles negativen Energien, negativen Schwingungen, die uns belasten und die uns nicht gut tun, ja. Und alle diese Sachen kann man einfach transformieren. Diese Energie einfach verwandeln in etwas anderes. Und zwar in Liebe, in Energie der Liebe. Stammt aus meinem Podcast, ja. Weil die Liebe dich heilt. So behindleome. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020